Es ist kein Problem, wenn du das Spiel nicht magst, aber man muss ja nicht in meinen Channel kommen und mir das sagen. Es hat schon einen Grund, warum das Spiel zu den größten gehört, die auf Twitch gestreamt werden. Weil so viele Leute gescannt wurden, dass die einfach keinen Bock mehr drauf hat. Deswegen wird jetzt jeder bestraft. Äh, was haben wir denn Magier? Wir hätten doch gar nicht bei sieben sein können, bevor der nächste Magier kommt. Ich mag nicht Magier. Und du schickst. Sie sind schade. Sie versuchen unsere Cookies zu nehmen. Das ist nicht sehr nett. Chupa Chups ist da. Wunderschön. Es hat am besten noch keinen Coin-Zug und ich bin happy. Ach, schade. Und ein Top-Deck. Hm. Ist okay. Wenn er keinen Frostbott hat, ist alles okay. Wenn er Frostbott hat, bin ich einigermaßen deckt. Alles okay. Ja, das ist halt dieses Miese. Also kann ich einigermaßen damit leben. Habe ich von dem nur 4, 5 Schaden genommen vielleicht jetzt. Und umständlich auch gut Karten ziehen. Und umständlich auch gut Karten ziehen. Oh, dann haben sie das Vieh. Er ist nicht gut. es Ja, ich kann ihn leider nicht pinken. Ich werde das Schaf nicht benutzen in dem Moment. Ich hätte gerne so einen kleinen Flammenstoß. Na gut, er hat keinen. So kann ich leben. Man muss einen Feuerball benutzen. Damit kann ich auch leben. Ich habe auch einen Feuerball, den ich ja nicht benutzen kann. Den zu pingen ist klar. Den habe ich noch 5 Mana. Oh, ich ping den nicht. Den habe ich... Ping, da habe ich noch 6 Mana. Das habe ich noch 3 Mana, das. Okay. Opfern wir jetzt also Mr. Worgen. Das wäre jetzt ein ziemlich dummer Move, wenn er ihn nicht tötet. Flammenstoß, bitte. Es ist kein Flammenstoß. Arsch. Oh. Leute, jetzt schaltet mal eure Power. Wir brauchen hier einen Flammenstoß. Aber jetzt sofort. Los. Ich will ihn jetzt hier haben. Top decked. Top decked. Top decked. Top decked. Äh. Toll. Jetzt brauchen wir einen Top decked. Okay, die Kegel, wir sind tot. Äh. Gut, damit können wir noch eine Runde aushalten. Das soll eine Waffel sein? Seien wir das hier bereit? Sieht schon besser aus jetzt hier, ne? Mit Erdenflammenstoß sind wir aber beim Arsch. Ist uns auch durchaus bewusst. Top decked. Na gut. Damit kann ich leben. Den wollte ich ja eh Feuerbein ins Gesicht drücken. Wer wird das hier bereit? So. Der Riese kommt raus. Feuerball kommt raus. Und das. Und das. Und we're still alive. Krieger, Pala oder Schurke für die Arena? Das ist Pala einer der Besten. Und hat nen Cheap. Schade. Und ein Water Elemental. und ein Flamestrike in der Hand. Und ein Flamestrike in der Hand. Und ein Flamestrike in der Hand. Oh, faceless. Aha, das sieht doch super aus so, da kommt er so durch, das heißt, den muss ich wegtrainen, ist auch mein Kontrolltag safe, auf diese Weise. Oh Gott, ey, der erste Flamestrike, hätte ich den Flamestrike gezogen, auch nur irgendwann früher, wäre alles super gewesen. Ich kann jetzt keinen Flamestrike topdecken. Oh, 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 oh. Nein! Das war ein, das war ein, das war ein topdeck für ihn. Und ein richtiger scheiß Deck für mich. Ey, das, 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 das hat ihm wahrscheinlich das Matches gewonnen. Keinen sinnvollen Weg, um da wieder rauszukommen, leider. Muss halt so auf, äh, Produktivität spielen, wie nur irgendwo möglich. Ah, nur noch kein Flamestrike-Aween, oh, verdammig. Wir haben doch nur noch sechs Karten im Deck. Da kann da irgendwo ein Flamestrike-Aween nur mit dabei sein. Und ich kann Gottessch- Oh, ich bin am Arsch. Oh Mann, kein Glück mehr. Kein Glück, äh, noch sechs Karten, da waren zwei Flamestrikes mit einem Feuerball drin. Ich habe den Lieblut auch jetzt schon gefunden, warum brauche ich den nur noch nach dem Leben? Also, die würde dann immer noch existieren. Wie soll ich den denn jetzt noch, äh... Okay, mit einem Feuerball und einem Frostball kann er nicht mehr schief gehen. Und ein Yeti, äh, ein Golem. Die beiden können gerne nochmal nach Hause gehen. Hä? Eine Voice? Meine Stimme steht aus. I don't trust you. Du glatt schnitten, Miau. I don't trust you. Und Mukrates... Das ist creepy. Komm, ich will wenigstens sieben Siege haben. Hat so gut angefangen. Ähm... Ja, du hast es dann verhext. Nee, Quatsch. Ja, jetzt halt zweimal richtig mieses Topdeck-Glück. Einfach nur, dass da halt... Nüksch rauskam. Dein Netzteil ist da. Yeah. Neskrim ist live. Yeah. Äh. Habt alle, hallo Alex. Yeah. Auf Wiedersehen. Tschüss. Also gern bleiben. Äh, ich bin auch im WCs dabei. Hat noch gerade. Einkeilung deswegen. Wie ist es schon wieder? Kopper Wino. War auch schon vorhin als Cop unterwegs. Dann... Der Alex ist sehr vorbildlich als Cop. Ja, ich bin gerade mit dem Helikopter. Vorhin habe ich es dann abgestürzt mit meinem Piloten. Hast du deiner Frau wahrscheinlich gesagt? Ich habe nichts gemacht. Wir haben gerade das Meer überflogen. Und dann auf einmal... Gab es ein Leck. Und dann waren wir für 10 Meter auf 0 Meter. Und dann waren wir im Meer. Und dann... Ja, das kommt davon, weil ihr unter der Minimalhöhe fliegt. Wollte ja cool sein, ne? Und dann... Was geht sowas? Ja. Ja, und dann ist Anton 1 abgestürzt. Anton 1? Ja, so heißt... Nee. Adler 1, sorry. Adler 1. Aber nicht Falker. Jetzt hat er doch Überwachung und nicht Jagd. Weiß nicht. Ah, Köki, der wurde weggerufen. Zu wichtigen Aufträgen. Bin gleich wieder da. Wie viele sind denn noch im CT-Server? Du bist auch kein Arsch drauf. Äh. 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 Weiß nicht. In unserer CT-Server eigentlich noch? Weil ich wollte dann eigentlich dann nächste Woche, wenn wir alles bei mir funktioniert, äh. Normalerweise schon, nächste Woche ist aber Server auf dem Zug, muss ich nicht sagen, wenn wir umgezogen sind. Okay, dann teile mir mit, ob am Samstag die Server funktionieren, dass wir dann gleich wieder mit dem CT-Server spielen können. Nein! Was doch mein bester Freund. Hat ihn einfach erschossen. Es gibt Rache. Gibt mir den Bogenlicht aufschlüsseln. Langsame Rache. Ich finde das so geil. Wir haben ein Problem mit dem CT-Server. Dann kannst du uns helfen. Ich so, da ist doch keiner drauf. Also bei dem Zettel, ne? Ja eben, wir kommen nicht drauf. Ja, das ist das Problem. Da ist keiner drauf. Ja, warum schreibt mir dann aber keiner? Wir kommen nicht auf den CT-Server. Wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, nichts Schlimmes haben, was man meinen CT-Taktik riskieren. Er guckt in den Chat. Snoopy heißt ab jetzt King Kappa. Hat er selber gewollt. Die Wahrheit ist mein Schild. Das ist das fies. Na gut, ich bin nochmal drüben. Ich lasse mich jetzt ein Teil, ne? Die Erfahrung. Ich lasse deinen Kanal. Acht Schaden. Dann habe ich noch 14 Leben. 14 mit drei Garten. König fies zu dir. Ich habe dich zu König Kappa ernannt. Und meine Liebste hat mir verboten, noch böse zu dir zu sein. Nenne ich auch nicht mehr das Wort mit S. Oh, ein Schaf. Schlimm ist, ich muss es dir da auch töten, leider. Wegen Gefährdungen. Ah, jetzt habe ich es benutzen. Dankeschön. Hätte ich es auch Spielgestalt jetzt nutzen können, wäre es vielleicht sogar besser gewesen. Dann habe ich schon mal die Chance, jemanden mit einem Schaf zu töten. Unser Schaf. Hätte ich jetzt das Schaf hier nicht, dann hätten wir trotzdem gewonnen. Aber so macht es mit Style. Ich bin A, nicht Danukat und B, werden wir es, wenn wir es spielen, wird es Vlog angekündigt. Es ist auf der Liste, aber dann müssen wir erstmal noch andere Sachen machen. Zurzeit haben wir andere Video-Play-Spiele im Fokus. Und C erstmal dauert viel zu viel Spaß, als dass er jetzt einen anderen Shooter noch spielen möchte. Ah, wir haben zwei Meeresriesen. Der war auch noch im Deck, der zweite Meeresriese. Und alles keine Karten, die ich am Anfang haben möchte. Das sind Karten, die ich am Anfang haben möchte. Gegen Druiden würde ich Spiele gestalten, allerdings zuerst ab so, naja mal fünf Mannerspielen. Wenn er außerhalb ist Ramp, also er spielt jetzt gleich eine Ramp-Karte. Den wir ja gleich. Jetzt schreit er nicht, wenn er zuerst antwortet. An sich, die Spiele sind ja extrem mächtig, ne? Da ist ja eigentlich, ist das für zwei Mana drei, vier. Eigentlich. Aber noch ein, ja. Kapp hat er auch noch. Muss der Frostbolt richten. Und jetzt kriege ich das Risiko ein. Es könnte jetzt total nach hinten losgehen. Dass er jetzt einen Yeti für drei spielt, ist kein Problem. Aber jetzt auf meinem Ex-Hard bin ich am Arsch. Ja, hat er nicht. Never mind. Könntet jetzt das totpingen. Habe aber kein Follow-Up. Das wählen. Grin in the face. Oh, Flashstick. Ah, ich, ich sag doch, ich hätte das ausstehen sollen, weil wir auf Runde fünf. Da kommt sowas raus. Aber ist ja kein Problem, dafür haben wir immer noch unser Schäfchen. Und zwecks nicht weggetuellt werden. Da kommt der Yeti. Finally, the Owl. Und wir haben einen Riesen. Und ein Frostbolt. Plump. Plump. Weil Tuba so, als hätte mir keinen Flamestrike. Dann denkt das nicht nämlich, ha, er hat keinen Flamestrike. Dann hätte er anders gespielt. Dann spielt er jetzt so, als hätte mir keinen Flamestrike. Hat mir keinem Hunter. Ah, und Zweib. Und Zweib kann ich leben. Ich hätte jetzt hier reingetradiert sogar, weil jetzt muss er nächste Runde noch mehr reinhauen. Oh. 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 Noch ein Zweib. Autsch. Der war gut. Muss ich zugeben. Der war gut. Ähm. Das. Und das gibt mir Power. Und es bringt ihn vielleicht hier rein. Oh. Es bringt ihn vielleicht dazu, hier reinzugehen, dass ich, äh, nicht noch Schaden nehme. Weil ich bin nun mal leider jetzt in dem magischen Dudu-Kill-Bereich, den ich nicht mag. Okay. Ich habe noch nicht mehr viel Zeit. Wenn das eine Charge-Karte ist, bin ich so ziemlich im Arsch. Außer ich ziehe einen Tont. Oh. So. 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 Jetzt haben wir noch sieben Mana. Sieben Mana bis du und du. So. Wenn der jetzt keinen Damage hat, der mir ins Fels geht, habe ich eine Chance. Sonst sind wir dann nur bei sieben, sie sind jetzt ausgeschieden. Ja. Süß und putzig. Das ist kein Problem. Ich hätte trotzdem gerne noch einen Tont, um mein Board ein bisschen zu verteidigen. Einfach nur ein bisschen. Äh. Ich muss ihn dann schnell töten. Dafür bräuchte ich den eher. Von daher ist, wir können uns durch das Frust-Elemental vor seiner Hero-Power schützen. Das heißt, wir haben keinen Timer drauf, was das angeht. Aber jeder Swipe bringt uns um. Jeder Charge-Sperr bringt uns um. Das tun wir glücklicherweise nicht. Wo soll ich zuschauen? Das schon. Gut. Wir hätten eine Chance gehabt, Torn zu ziehen. War nicht der Fall. Wir hätten eine Chance gehabt, unseren komischen Kobold zu ziehen. War nicht der Fall. Frost. Fält der Kegel. Jo. Der hat uns noch gerettet. Uff. Einmal in sieben. Ah, jetzt kam heute das Subscription endlich an. Und Tohack. Juhu. Aber bei mir kommt leider kein Sub-Emote. Deswegen. Tohack, du kriegst da trotzdem ein... Wie ich Sub auswählen? Warum hat es bei mir immer nicht funktioniert? Machen wir mal so. Ja, nicht zu viel geben. Wo ist es bei mir. Machen wir mal so.